Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Tech Kits, Together. Mit Special Gast Daniel, was jetzt schon Standardgast ist. Servus. Standardgast ist. Ich bin Standard. Jetzt hat so nie jemand was anderes behauptet. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Was denn? Ein Friedhof mit einem Grab, Lauren. Weil da war ich seitdem nicht mehr da. Das heißt, das ist schon als tot erklärt. Was ist das eigentlich für eine Katakombe, die du da gebrochen hast? Achso, das ist... Ich weiß nicht, ich habe keine Idee gehabt, wo es da hinkommt. Ein Block, der leer ist und oben streben hat. Yay. Nein, innen ist was. Also, ist noch nix, aber es ist ein Raum. Es ist was. Ah nein, ist nix. Ein Würfel, ja. Ein leerer Würfel. Ja, damit da fallen nur die Zäune drauf. Dann haben wir gleich wieder einen Würfel. Eben, da fallen nur die Zäune drauf. Pascal, das mit der Tür funktioniert nicht. Nein. Willst du nicht erklären, was du gerade gebaut hast? Ja, also... Ja, machen wir das mal. Wir bauen eine Pyramide mit einer Zahlenschloss-Tür drinnen. Und einem Labyrinth. Und einem Labyrinth. Aber das haben wir noch nicht angefangen. So, wo liegt jetzt das Problem drin? Ja, wenn das da liegt, ja. Schau, der Schalter verändert den... Hm. Warte, ich schau mal nach, wo das Ding überhaupt hin gehört. Schalt's nochmal ein kurz. Warte mal. Was? Ja, schalt's selber an. Nein. So, danke. Ja, aber wieso macht das bei... Das versteht du nicht. Aber warte, ich weiß, wie man's ändern kann. Wie hast du das jetzt eingeschaltet? Zauberei. Durch den Hebel, du. Das ist ja das Problem. Achso. Dass der Hebel das beeinflusst. Aber warte, ich hab ne Lösung. Ich hab auch ne Lösung, glaub ich. Er hat die Lösung. So. Nicht irgendeiner hat die Lösung. Ist das... Da Tür... Ist das das... Hab ich gerade ein Loch unter der Tür gemacht? Oder dort, wo dich die Tür hin gehört. Na... Ja. Genau. Passt. Mir wollte ich nicht... Die Tür zu über die Tür. Okay. Ähm... Ist die Frage... Nein, trotzdem. Da kommt das hin. Da kommt die Tür hin. Ähm... Pascal, ich bräuchte mir Metallschneid. Ja, mach ich gleich. Ich muss einmal wieder unseren ersten Part verdeckert ausschauen. Einfach nur... Nostalgiemäßig. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich hab da gerade was geändert. Deswegen jetzt nicht mehr. Machen wir. Weißt du... Es änderts immer noch. Ähm... Pascal. Hm? Weißt du nur, wann wir angefangen haben? Vor einem Jahr. Keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Vor einem Jahr. Unser Channel ist noch kein Jahr alt. Stimmt. Mhm. Argument. Naja, wir haben ziemlich... Wieso ist da unten klar? Ziemlich am Anfang schon. Während Rush glaube ich noch, oder? Änderts immer noch. Warte. Wär ein Rush, oder? Machen wir. Ja, es ist dieses geschießene Kabel da. Ähm... Das berührt's nicht einmal. Das kann's nicht. Dann weiß ich nicht, woran's liegt. Änderts den Kreislauf drunter vielleicht? Weil da runter ist noch einer. Genau. Genau. Genau da runter ist ein Kreislauf. Ja, ich glaube. Glaub's. Ah, da brauche ich ein... Halt zum Beispiel. So. Nützt das jetzt immer noch? Nein. Schau, beste Lösung. Ja. Ist okay. Einfach eine Red Storm. Fuck. Äh... Okay, ja, warte. Dann mach das aber da bitte auch, weil dann... Sie schalt da gleich. Wie gleich? Ja, da bei dem bitte. Ja. Das geht aber nicht, weil da ein Abstand mehr drin ist. Ja, dann mach halt die Red Storm Torch zu... zum... zum... Hilfe! Ich pack! Dann mach die Red Storm Torch zur Leitung. Okay, das war jetzt ein Schatz. Ist das nicht? Oder... Oh ja, das müsste hier gehen, oder? Das muss man anders bauen. Wunderbar. Das hat's jetzt gebraucht, oder? Ja, oh ja, weil dann sind die hier aber gleich. Wunderbar. Mehr wollte ich nicht. Ja. Hat sich so viel geändert. Ja. Gar nichts. Oh doch. Sehr viel hat sich geändert. Warte, eine Eisentüre hast du verlangt. Wie dein Buffet? Verdammt. Was? Und wir haben wieder keine... Äh... Ja. Table. Nein, nein, nein. Hast du in deinem Haus einen Crafting Table? Der ist nämlich näher als... Äh, ja. Da müsste ich ihn drin haben. Baut er durchstehen? Nein. Wieso sollte ich? Ähm, ähm... Ja. Äh... Was im Zeug ist. Der Crafting Table. Das Einzige, was... Vor am Fenster steht. Ja. Sonne scheint darauf. So wie sich's gehört. Yay. Yay. Blum. Ja. Interessant. Ja. Wenn sich Leute bei mir melden, dass ich ihnen was... Äh, dass ich was anschauen soll und ich eigentlich keine Zeit dafür hab. Oh ja. Und der dann nach vier Minuten wieder offlenkt. Geht. Kann anscheinend nicht so wichtig gewesen sein. Kann ich da was helfen dann? Kann ich da was helfen? Mach da oben auf die Linie Redstone. Yay. Du bist so wichtig in diesem Projekt. Yay. Okay. So. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen. So. Das müsste funktionieren. Die Merke... Müssten eigentlich auch funktionieren. Habe ich da eh die Repeater... Ah. Ich hab da eh die Repeater einbaut. Ja, die Repeater sind da. Die Tür hast du einbaut. Wunderbar. Äh... Am besten probier mal. Ich hab schon den falschen Code eingeben. Das gibt's ja nicht. Jetzt hast du 44 Blöcke. Ja, das war der falscher Code. Wieso? Es ist doch links unten eins, oder? Ja. Wait, es gibt aber Pictures, oder? Ja, genau. Ja. Dann da... Nein, genau. Da. Hm. Da. Da. Rahmen. Da. Framed. Hab ich vorher auch gemacht. Es geht nicht. Äh, warte mal. Warte mal. Irgendwas stimmt. Wie kommt... Na, Rahmen hast du im Englischen. Doch. Es dauert nur so. Das ist geil. Das ist geil. Ja. Wie heißt der Rahmen in Englisch? Äh... Border. Stimmt. Was meinst du? Rahmen. Schau mal, ob's das stimmt. Boah... Nein, es sind nicht Bilderrahmen. Du meinst... Frame. Frame. Ja, das hab ich auch schon probiert. Frame. Wie kommt ne... Gibt's den? Also gibt's das wahrscheinlich noch gar nicht bei dem. Erzähl mal. Probier mal. Kann das sein, was du jetzt? Ja. Hm? Aber warte jetzt. Könnte es sein. Oder wen meinst du das? Kannst du die Druckplatte bitte noch? Achso, ja. Das ist nur eine Druckplatte. Zwei Kabels da nebeneinander, oder? Ja. Alles klar. Oder zwei. Ich weiß es nicht. Nein, zwei Kabels. Ich hab beides im Inventar. Probier mal. Und aufs zweite fällt dahinter. Weil das... Na, zwei anscheinend nicht. Nein. Auf jeden Fall nicht die Kabels dann. Es kommt aufs zweite dahinter. Achso. Ja. Nein, scheiße. Warum hast du da eigentlich eine... ein Ding einbaut? Hm? So einen... ein Cover? Äh, das war vorher wegen der Leitung zum Ausprobieren. Achso. Okay. Ich dachte, das tut die Leitung abschwächen. Tut sogar nicht, oder? Hm. Falsch. Aufs zweite bitte. Genau so, oder? Irgendwie krieg ich das nicht. Achso, ich hab keinen Platz mehr momentan. Ich hab zu viel TNT drin. So. Jetzt wollte ich, ja. So. Da. Nein. Wart, 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 wart. Nein, Blödsinn, stimmt schon. Das erste hat schon gestimmt. Das erste hat... Nein, was war denn? Nein, doch nicht das erste. Wetten, du hast irgendwas kaputt gemacht in der Zwischenzeit. Sowas von fix. Ja, wahrscheinlich hab ich den Code bereits falsch adjustiert. Eins. Das ist hier irgendwas falsch gemacht. Eins. Vier. Neun. 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 Sechs, ja. Unten die Blöcke falsch. Nein, aber der Code muss ja richtig sein. Woher weißt du das? Ja, weil die Tür aufgegangen ist. Achso, sie geht nicht mehr zu. Achso, sie geht nicht mehr zu. Ich vertraue niemals an den Pascal, wenn du was bauen willst. So. Wo liegt denn die Leitung zum Ausschalten? Ja, sowohl unter der... Warte mal. Ja, nein, da. Ich weiß schon, die Tür entlang, nur wo da. Die Frage ist, ob die Rätstumlampe das beeinflusst. Oder die Rätstumlampe das beeinflusst. So, warte mal. Eine, eine rennt runter. Das ist... Warte, ich hab prinzipiell was falsch. Warte mal. Hauptsache, ich bin schuld, ja. Nein, nein, stimmt. Nein, blödsinn. Ich hab das schon richtig gebrochen. Warte mal. Geh mal weg da. So. 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 Kommt jetzt eine Leit. Siehst? Okay. Eigentlich das... Ich steig jetzt drauf. Jetzt soll es leuchten, oder? Ja, tut so. Nur wie weit ist die Frage? Ja, es funktioniert auch. Anscheinend nicht. Oh ja, der Mechanismus funktioniert. Passt schon. Ähm, warte mal. Geh noch mal zum... Zu dem, wo du grad warst. Äh... Warst du grad oben? Ja. Geh noch mal drauf. Ich bin da oben. Ja, okay, okay, okay. Also das funktioniert. Daran liegt es nicht. Ähm... Habe ich da... Irgendwo habe ich was falsch gemacht. So, oder du, oder irgendwer, ist ja wurscht. Ähm... Doch, es ändert sich ja auch. Man sieht es ja auch blinken. Ja, das ist schon klar. Warte, jetzt... Schalten wir nichts um, bitte. Äh... Warte mal. Das, das und das. Warte mal. Da ist eins dazwischen. Da sind zwei. Das ist... Gut. Nein, es stimmt irgendwas nicht. Warte mal. Kann es sein, dass da oben die Ding zu lang ist? Nein. Nein, nein. Da hattest du doch eine Leiste nur mit Repeatern. Dachte ich. Auch. Wo? Ganz oben? Ja. Nein, tatsächlich nicht. Ähm... So. Warte mal. Ähm... Ist die Tür zu? Oder ist sie noch offen? Es ist zu. Es ist zu. Dann dröge mal nirgends drauf, bitte. So. So, irgendwo... Jetzt ist es offen. Ja, da habe ich eine Fackel vergessen, glaube ich irgendwie. So. Oder ich. Ja, fix. Da habe ich eine Fackel, oder? Ja. Da habe ich die Fackel vergessen. Guck mal. Ja, okay. Das ist wirklich einiges. Ja, ich habe eine Fackel vergessen. Jetzt ist es offen. Jetzt geht es zu. Ja. So, probier mal den Code. Ja. Ja. Ja.